So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der dicke, eine neue Folge Pokémon GO. Bei mir ist jetzt der erste 10., der erste Oktober, der neue Monat hat angefangen. Wir haben ein neues Kanalmaskottchen, das seht ihr hier unten. Das ist hier Darkrai, zack, guck, Darkrai ist am Start. Der hat mit 53% oder so ähnlich das Voting gewonnen. Ich hätte mir Mega Zubiris gewünscht, weil der so creepy ist. Und Darkrai, ja, jeder mag Darkrai, deswegen hätte ich es Mega Zubiris gegönnt. Aber ich nehme die Mehrheit, ihr habt das so entschieden, also machen wir das. Dann solltet ihr ab 1. Oktober jetzt die Döner-Rates wechseln. Das heißt, wir hatten bisher Glumanda, Shiggy und Bisasar in den Einern. Dann kam irgendwann mal Tarnel im Dreier hinzu. Nach dem Event ist Tarnel im Dreier wieder verschwunden. Als Tarnel da war, habe ich nur Tarnel-Rates gemacht. Die meisten sind dran gescheidert. Ich habe auch gezeigt, wie man den gut besiegen kann, ohne dass man Staub einsetzen muss. Ohne dass man Pokémon pushen muss. Ich habe einfach 3 Glumanda genommen, habe die entwickelt, habe mit 3 Glurak das gemacht, die normal gefangen wurden, nicht gepusht wurden, kein Staub genutzt, kein irgendwas. Das ging sich aus. Damit habe ich jeden Tarnel-Rate geschafft. Und jetzt soll ja also die Starter wechseln auf die Galar-Starter. Und es soll Legios in den Dreier-Döner-Rate kommen. Das ist eigentlich nicht interessant. So als Challenge würde ich vielleicht gucken, ob ich es schaffe, den allein zu besiegen. Ja. Aber ansonsten würde ich natürlich wieder auf die Starter gehen. Hauptsächlich auf den Feuer-Starter. Ich hätte mich gefreut über ein 100er Glumanda. Deswegen habe ich vermehrt Glumanda-Rates gemacht im Döner-Rate. Und mittlerweile würde ich jetzt auf Hoblo gehen. Was ich erstmal machen möchte, wenn ich hier gucke bei Raids in der Nähe, bei Kraftquellen seht ihr ja, da ist zum Beispiel schon ein Legios-Raid. Da ist ein Memeion, oder wie das heißt. Aktuell scheint es aber noch Probleme zu geben bei Legios, dass das nicht fangbar ist. Dass ein weißer Bildschirm kommt, wenn du es besiegt hast und kannst es nicht fangen und das war es. Deswegen, ich warte jetzt am Ersten, mache ich auf jeden Fall noch kein Legios. Was ich aber noch machen möchte ist, weil das letzte Event, wo Sackjahn eingeführt wurde und wo man Spezial-Trades machen konnte, günstig, da gab es ja noch einen Bonus, dass man Smogon zu Gala SmogMog entwickeln konnte. Ich habe hier ein Shiny Smogon. Das möchte ich jetzt zu Gala Shiny SmogMog entwickeln. Also wenn ihr das Video jetzt erst seht und das Event ist dann um, dann habt ihr natürlich Pech gehabt, aber ich habe ja ein Infovideo gemacht, immer bevor das Event startet. Bevor das Event startet, mache ich ein Infovideo. Während das Event läuft, kann man jederzeit alles Mögliche sehen, machen, tun, fragen. Der glitzert jetzt hier. Wenn ihr nicht wisst, wie der normal aussieht, können wir ja noch ein zweites auch mal entwickeln. Kein Shiny, sondern ein normales, dass ihr wisst, was los ist. Also das ist was, das habe ich mir noch ein bisschen aufgehoben, dass ich dieses Gala SmogMog entwickle. Durch Zufall hatte ich ein Shiny und konnte mir jetzt ein Shiny das sichern, ohne dass ich Gala SmogMog raiden muss, ohne dass ich dafür Geld ausgeben muss. Damals war der ja in den Raids. Man musste raiden, 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 um den als Shiny zu kriegen. Jetzt kann man sich den einfach entwickeln. Das ist richtig brutal, oder? Jetzt habt ihr das Normale und ihr habt das Shiny. Das Normale und das Shiny. Das ist auch das Schwerste und das Größte. Kann das vielleicht sogar jetzt noch im, jetzt muss ich wieder gucken, wo es ist, Showcases. Hier bin ich zweiter Platz. Kann ich damit Kira ablösen? 1026 und 1425. Wie viel hat denn der erste? 1079. Richtig genial. Ich kann meinen Kira rausholen. Aus dem Showcase kann meinen Gala Shiny SmogMog setzen und bin damit jetzt wieder auf Platz 1. Yes, Baby. Hier bin ich auf Platz 2. Wer sitzt da? 1081. Ha, da schaffe ich es nicht drüber. Also da bleibe ich einfach auf Platz 2. Egal. Was auch noch war im Event, deswegen möchte ich das heute abholen, weil das Event endet heute am Dienstag um 20 Uhr. Hier gab es eine Fangherausforderung. Ich habe Schwertpfad gewählt und hatte natürlich dann bestimmte Encounter im Rauch und die, die den Schildpfad gewählt haben, die hatten bestimmte Encounter im Rauch, die man sich aber dann tauschen musste, das ist das zweite hier, diese Tauschherausforderung. Da gibt es auf jeden Fall das coolere Pokémon. Lavitar ist da drin, das finde ich gut. Können wir auch gleich bewerten, mal die zwei. So, wo sind die jetzt? Das ist Raffel gewesen, das ist Lavitar, mal kurz schauen. Ah ja, das ist nix. Also das haben wir auch abgeschlossen. Wir haben unser Smog Mog entwickelt, wir haben unsere zwei Herausforderungen abgeholt. Am 4. Oktober kommt ja dann das nächste, die Gala Expedition, die wird wieder fett und das eigentliche Video sollte sich ja trotzdem um die Döner Rates drehen. Deswegen gehen wir jetzt mal auf Döner Max, habe ich das A vergessen, und schauen mal, was habe ich denn jetzt überhaupt da? Ich wollte eigentlich von den Startern immer drei Stück auf der Hand haben, von Tarnel dann drei Stück auf der Hand haben, die besten. Jetzt können wir ja mal gucken, was ist denn meine Ausbeute aus der ersten Welle Döner Max Raids? Raffel und Wolli habe ich ja aus der Quest bekommen. Also, Wolli habe ich ein 3-Sterniges hier bekommen, ok, Raffel habe ich da 2 Sterne, ok. Ich habe keinen Wolli-Raid gemacht, ich habe keinen Raffel-Raid gemacht. Das war mir egal, die sind Typ normal, die können ja eh nix, deswegen habe ich die einfach weggelassen. Wenn wir jetzt mal gucken, Bisasamen, ich habe drei Bisasamen aufgehoben, die habe ich auch noch so wie sie sind. Der hat 3 Sterne 15 Angriff, 3 Sterne 15 Angriff, 3 Sterne aber keinen 15 Angriff, da sind aber trotzdem die drei Besten, die ich jetzt hier habe. Momentan brauche ich die noch nicht, also entwickle ich die auch noch nicht. Glurak, das waren die drei Besten Glurak, die ich hatte. 3 Sterne 15 Angriff, 3 Sterne 15 Angriff und der hat mir besonders gut gefallen, 3 Sterne 15 Angriff, ist auch insgesamt ein 96er, den habe ich genommen. Jetzt habe ich aber nochmal Glumanda Raids gemacht, habe den bekommen und habe den bekommen. Der gefällt mir natürlich besonders gut, weil das müsste jetzt der Beste sein, den ich habe. Also möchte ich den jetzt auch mal durchentwickeln. Wenn man ein paar Bonbons hat, ist das mit dem Entwickeln ja nicht schlimm, es verbraucht ja nur Bonbons. Es verbraucht keinen Staub. Ihr könnt eure Pokémon in Kraftquellen setzen, um Bonbons zu verdienen. Ihr könnt Pokémon in Arenen setzen und die füttern, um Bonbons zu verdienen. Ihr könnt mit eurem Pokémon laufen, um Bonbons zu verdienen. Ihr könnt die Pokémon in der Wildnis fangen, aus Raids holen. Bonbons sind Bonbons. Staub ist halt viel schlimmer, deswegen am besten keinen Staub ausgeben und schauen, dass man so hinkommt. Gegen Tarnel hat das gut funktioniert, mit den Feuer-Pokémon, gegen das Stahl-Pokémon. Jetzt habe ich den, der müsste halt so fetter sein als der Rest. 16, 47, genau, das heißt den kann ich wegschmeißen. Und den 16, 33, ja, den schmeiße ich jetzt auch einfach weg. Man hätte den zwar auch tauschen können, ich habe bisher noch keinen Döner-Pokémon getauscht. Jetzt habe ich auf jeden Fall 16, 47, 42, 34 hier übrig. Shiggy, in letzter Zeit habe ich noch ein paar Shiggy-Rates gemacht. Das ist das schlechteste Shiggy, was ich habe. Ihr seht, die haben zwei Sterne, die müssen besser werden, die müssen besser werden. Hier, der sieht so aus wie das Glurak fast. Und dann war es das schon. Und das ist das beste Shiggy, was ich habe, mit 532. Ich würde bei Shiggy auch so machen. Ich behalte die besten drei. Die anderen schmeiße ich weg. Solange ich es nicht nutze, entwickle ich es nicht. Weil warum soll ich es jetzt entwickeln und Bonbons ausgeben, wenn ich das eh nicht nutze? Wenn mal ein Boss kommt und ich schaffe den Boss nicht, ich brauche dann aber Wasser, dann würde ich es entwickeln. Vielleicht kommt aber Shiggy auch nochmal und ich kann nochmal Döner-Rates von Shiggy machen und habe dann ein besseres als die drei. Und dann habe ich eine andere Top 3. Versteht ihr? Ich brauche jetzt ja noch nichts entwickeln. Glurak habe ich jetzt entwickelt, weil die habe ich jetzt gebraucht. Und hier habe ich noch Tarnel auf der Hand. Tarnel habe ich etliche gemacht. Bei Tarnel war es ja sowieso so, ihr habt 400 Partikel gebraucht für einen Raid. Und ich konnte also zwei bis drei Tarnel-Rates pro Tag machen, je nachdem wie viel ich noch vom Vortag übrig habe. Dann wieder 800 sammeln oder so. Und man hat das gemerkt, als Tarnel weg war, war auch wieder mehr los. Denn da konntest du plötzlich vier bis fünf Döner-Rates pro Tag machen, weil du halt eben nur 250 Energie gebraucht hast. Und wenn du da jetzt noch 600 vom Vortag übrig hattest, hast du dann die 600 verbraucht, hast dir nochmal 800 geholt. Das war auf jeden Fall auch fett. Tarnel gehen wir jetzt auch mal durch. Hier sind auf jeden Fall schon drei Sternige mit recht hohen Werten. Die haben auch alle schon 15 Angriff. Okay, jetzt steigt doch mal. Oh, hier der sieht doch super aus, oder? Achso, das war es auch schon wieder. Das heißt, der, der und der, die kriegen einen Stern. Was macht man aber jetzt mit Tarnel? Aufheben, wegen Tauschen und so weiter. Wisst ihr was? Ach, ich tue sie jetzt weg. Nicht, dass noch einer kommt und sagt, hey Bruder, hast du Döner-Tane? Gib mal rüber. Die meisten wollen eh legendäre und ich will nicht so viel aufheben. Ich muss immer auf meinen Beutelplatz gucken. Ich kaufe ja nichts mehr, deswegen habe ich auch nicht so viel Beutelplatz. Also habe ich jetzt drei Bisasam, ich habe drei Schicke, ich habe drei Tarnel, ich habe Glurag am Start. Die zwei brauche ich eigentlich auch nicht, habe ich ja gesagt. Die verschicke ich jetzt auch einfach. Also jetzt habe ich drei Starter und ich habe drei, also drei verschiedene Starter. Ich habe drei Tarnel. Das ist momentan mein Set gegen Legios. Braucht man ja vielleicht, das ist ein Kampf-Pokémon. Braucht man ja vielleicht Psycho. Es ist ein Dreier. Es würde sich also wahrscheinlich anbieten, wenn man Tarnel entwickelt und mit einer Metagross-Armee mit drei Stück versucht, gegen Legios anzukommen. Vielleicht reichen auch zwei Metagross, wenn man die entwickelt. Müsste sein. Ich muss das mal ausprobieren. Ich muss mal einen Legios-Raid dann machen, finden, bestreiten. Aber da auch einfach nur entwickeln. Nichts pushen. Nicht noch mehr Bonbons ausgeben und vor allem keinen Staub ausgeben. Schafft man es, mit drei ungepuschten Metagross Legios zu legen. Das wäre eine kleine Challenge. Ansonsten würde ich mich aber, wie gesagt, diesmal wieder auf die Starter konzentrieren. 2153, 10 Kopfstoß Erdbeben. Ja, das ist nichts. Da müssen wir die Attacken noch ändern. Aber ja, jetzt steht er natürlich hinten dran. Das sieht ja jetzt doof aus. Ach komm, wir haben so viel, wir entwickeln das jetzt auch noch. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr das Döner-Raid-Feature genutzt bisher? Ich finde es immer noch klasse, weil ich habe nur einen freien Pass pro Tag, den ich in den Raid schmeißen kann. Aber durch die Döner-Rades und die Partikel kann ich jetzt eben auch mal kleine Einer-Rades machen, die mich nichts kosten. Ich trotzdem Pokémon da rauskriege. Ich trotzdem was sammeln kann. Wenn mal ein Shiny dabei rumkommt, ist das cool. Wenn ein Hunder dabei rumkommt, ist das cool. Und ansonsten schaut man immer, was ist Neues. Da schafft man es auch zu besiegen. Also für mich erweitert es das Spielerlebnis nochmal. Wenn man ohne Geld spielt, habe ich mehr zu tun. Als wenn ich jetzt nichts hätte und nichts zu tun habe. So, das entwickeln wir auch noch. Ich freue mich drauf. Mal gucken, wann wir mal einen Legios machen. Wenn das gefixt ist, machen wir auch mal einen Legios. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal, bis ihr den Peaceout vorhaut. Euer Ramses und schreibt mir rein, eure Ausbeute. Habt ihr schon den 100er Döner-Max-Pokémon? Welches ist das? Oder habt ihr auch Starter gesammelt? Oder was ist euer Liebling bisher? Tane war fett. Ich bin gespannt, was nach Neues kommt in den 3ern. Wann der erste 5er Döner-Max kommt. Peace out forhaut. Euer Ramses. Ich bin gespannt, was nach Neues kommt in den 3er Döner-Max.